hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von raf möwe ich kann diesmal nix mache ich habe keinen speer ja ich haus dich schon ja wo war ich stehe geblieben ja der gute michael ist dabei und der gute lasse unser möwenmännchen so und chip fährt los ich glaube wenn ich einsatz auf einer ältere insel wäre wo auch möwen sind aus dem möwenfeder kostüme lauf warum ich bin und legt ab ja auch das wort ja irgendwie das gut merkwürdig wir haben alpakas wir haben viele alpagas und dann geht es auch gut ich will der schrumpf zeigt genau diese insel weißt du kannst du auch irgendeine andere punkte und steuern die anschauen wenn er auf dem radar gibt es irgendeinen punkt wo man hinfahren können wir können ja es gäbe ein plan punkt ein plan grunden punkte wir können ja auch wenn ihr die motor noch gar nicht benutzt nein sie geben wenn ich stotter geben sie kein gas ich finde unser boot wird so langsam gut wow echt jetzt guck dir mal das segel an ohne das ist das leckrad was denn guck mal da geht die ganze röhre von oben ohne wieso du saßt da habe ich ja gar nicht drauf geachtet ja das ruder das ist halt eine flasse mit wasser ja leute das ist ja noch gar nicht aufgefallen das stimmt aber gut da stört mich das ist jetzt nicht so da kann es sein das ist ja okay macht ja auch sinn natürlich das macht ja irgendwie sinn schön dass es keiner so aufgefallen ist bis jetzt gott sei dank ist mir das so gefallen aber guck mal wie ich zu dir bin dass du runter fällst noch vor allem aber gerne hier oben runter so kann ich jetzt schon der motor kraften müsste sogar zwei motoren kraften können aber ich brauche dafür noch kupfer platine ja ja kupferpan habe ich genug davon habe ich 100 stück oder so also das ist nicht das problem ich brauche nur platinen so ich schwul dir noch hab bisschen glibber und ein stack plastik und eins und zwei und drei irgendwo noch glibber oder ich habe ich glaube ich habe ich habe ich habe alles gut abgefunden und ich kann die ganze zeit gegen die scheiß ding star können wir über das segel setzen damit wir uns hier nichts das alles dann bewegen hatte ich aber dann hat das prozentig bewegt dachte wenn es ist frei frei ist das anders ja aber ich speichere noch mal wenn wir schon gerade frei sagen nein 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 ja 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 Oh Gottchen, gerade schreckend. Warum? Von was? Äh, ich hätte Durst. Achso. Genau. Aber was langsamer? Angst heißt ja. So, Mutter, was fehlt mir denn? Seil und Planken. Oh fuck, ich hab kein Holz mehr. Ja, Planke wird jetzt ein bisschen dünn. Ich hab noch zwei. Ich hab zwei Stacks. Ja, ich brauch 60 Stück. Wie viel? 60. Ne, warte mal. 80. Was? Ich brauch 20 für einen Motor. Wenn ich vier Motoren machen soll, sind's 80. Du brauchst insgesamt 80. Ja. Mach dir jetzt für einen Motor brauchst du schon 80. Nein, nein, ich brauch insgesamt 80. Ich nehm mir schon Rade an Packers rum. Fühl mit den Alpackers, ist okay. Ah, nicht mit vom Boot fallen. Komm her, mal gut schnell. Komm, ich kann nicht schon mal 20, 32 geben. Einmal. Einmal. Wohl genährter Packers. Ja. Wir bräuchten auch langsam die Hühner und die Ziegen. Aber wo? Ah Gott. Andere Insel. Wir sind noch nicht auf, wir haben bis jetzt nur das Sempion. Es gibt noch zwei weitere, glaub ich. Ja, wir können uns mal Balboa ansteuern. Balboa? Krieg nicht, das ist das nächste. Das ist von der Story her das nächste, was wir ansteuern könnten. Ja. Ja. Zum Beispiel. Ja. Find ich gut. So, du wolltest Holz haben. Yes. Kann dir 17 geben, Mac, geht im Moment noch nicht. Ah fuck. Das ist ja hier einmal durch die Gegend gerollt. Ah, das räuchte. Da ist der kleinere Insel. So. Alter, der Seegang ist ja gerade für'n... Ja. Böse. 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 Das können wir nicht kentern. Böse. Ja, Gott sei Dank. Oh. Alpaka lecker Topfänge. Zum Glück, er trinken die Alpakas nicht. Die sieht noch gut aus. Ich hab immer nur das Gefühl, die werden auf sowas dann weggeschrieben. Ja, das hab ich auch gesagt. Alter, das ist ja nass. Das ist widerlich. Ja, oder? Das sind nasse Füße die ganze Zeit. Hein? that was so Síg dataset? mal wie das denn die mitlassung Möwe! hmmm ok 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 auch unbedingt für das Spiel Möwe! ja ich kann nichts machen ich habe kein Spiel einfach hinlaufen, dann lauft ihr schon weg seitdem wir dieses automatische Wässergerät nicht mehr überblenkt haben, werden wir das dort nicht mehr wässern ja doch wenn ich auf dem Zimmer vorbei laufe mache ich das aber ich vergesse es aber trotzdem oft tja automatisch ist halt immer ein besser, wa? ja wir können hier noch irgendwann entspauen oder? ich würd ja auch euch gerne craften aber lass uns mal den Motor machen, dass wir uns ja schneller bewegen können alles gut wir haben eine große Liste wir haben eine große Liste von To-Do wir haben eine große To-Do Liste das Boot ist auf jeden Fall nass nass bin ich ich hab zwei beteilbaren das ist gut kannst du mal mehr geben danke danke so mein Angel ist auch gleich wieder kaputt ich mach schon mal nur die einen Sammlerei du brauchst noch Holz ja da ist es ein chest-deck ich hab grad wieder weg schwimmt was? da ist die ganze Sache oh nein holy shit das war tief fässer fässer naja so hier wo man da dahinter ist ich geh bis auf den Sack dass die Sacken nur super schnell wegspüren gerade brauchst du noch Holz? ach ja bin ok komm mal einmal nach oben komm einmal nach oben beide ja warte einmal für dich einmal für dich das hätte ich nicht mal gebraucht ich hab mich vorhin eins gemacht egal jetzt hab ich zwei oh was wollte ich jetzt mache ich lege mal Holz in die Truhe rein hast du gehört? ja 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 hab ich nicht bekommen ich bin hier vorne an der Spitze unter Wasser die ganze Zeit und tauch weg das ist super widerlich ich will nach oben das ist spannend so Motor ja noch zwei Stück brauchen wir dann ja maximale Inventar ja in welche Truhe hattest du das Holz gelegt? äh die linke in dem Ofen ja wir haben noch ein Slot Platz ja 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 tro- ja es ist unser Typ funktioniert ein Himmel die Vogelscheuche also das Gefühl doch schwimmen freund so 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 meine herren ja ich habe die volle motor power hergestellt das heißt wir können jetzt drei auf drei wir können das richtig gast geben also ich kann sie gar nicht befeuern ich habe keinen keinen gar nichts aber ich mache lange rein einmal noch mal bio diese hier ist hier ist toll ich sagen schweiß mal die motoren an ja wollen wir nicht noch ihr schlafe gehen ja genau das war ich morgen verdurstet auf ja bei mir sehr mit hunger jetzt haben wir aber auch schon mal antrieb und können jetzt von a noch b fahren oder in der theorie schon wenn es klappt was sagt man ist dass du das ziel jetzt machen ja gut das ist also und dafür gibt es auch nur das ist auch gut da machen wir es mal an einmal zweimal oh ja jetzt laufen die richtig schön das hat der kentrenmotoren hätten schon gereicht macht ihr die rechte auch noch ansonsten drehen wir uns recht im kreis das dreht sich falsch von uns an die beiden rechten drehen sich falsch rum die drehen sich alle falsch rum bei dir rechts genau für uns ist auch eine größere insel oder sehe ich das richtig ich ja das stimmt das ist auch gut also jetzt habe ich die immer sonst angenommen komm wir drehen wir drehen wir drehen wir drehen wir drehen wir drehen wir voll hier mit voller saad so jetzt sollten wir extrem viel holz fahren und dann einfach eine truhe machen einfach eine ganze truhe voll mit voller also wir bewegen uns echt ganz schön schnell hey das ist äh anker bereit machen von wir sind gleich auf crashkurs ok ich stehe am anker ja geht sofort los und werfen jetzt ausschalten oder was aus ja ah die machen sich automatisch aus oder ne die stottern der anker geworfen ist alle aus so ich bin der erste auf der insel ist das ist jetzt die insel des myrobrots myrobrot rum blum 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 wegzeug ok ähm ich nutiere sie hier schreibst du mir dann als eine insel eine insel sie ist eine insel wir haben eine insel gewunden und sie ist grün ja auch eine grüne insel auch noch wer hätte das gedacht ja ja grüne insel sind besonders gefährlich hm hier gibt es auf jeden fall kokosnuss wer hat die kokosnuss wer hat die kokosnuss wer hat die kokosnuss geklaut ich bin nett naja hier kann man auf jeden fall viel holz sammeln ja wenn wir eine spitze haben äh schwitzer gejaxt haben hab ich mich hat manchmal sachen von dem ich weiß wieso er sie noch hat ja ja oder wie er drankommt ja 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 super ja ja let's ja 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 so ich bin auf einer kleinen insel okay das hat sich festgepackt dann macht es gleich kalt einmal wieder okay ich mach dir mal munition für den werfer damit schießen kannst michael das ist schön kann das dann noch was zu essen doch noch felder brauchen ja wohl gut ja nicht so dass mir noch hätten ja dort haben wir noch richtig dirty sind wir wie viel hat batterie noch batterie ist leer irgendein motor läuft gerade noch und aus und mach mal doch mal wie gesagt noch eine axt das wäre gut dann kannst du es mitbringen eine axt ja so ich brauche nur metall axt mit natürlich auch mal steine axt ich habe steine axt noch macht aber bald die grätsche und meine metallachse bei mir gleich die grätsche dann gibt es eine ladung steine axte für euch also wir haben genug schratt und so in sie die metallachse braucht aber eisenbarren ja oder mein maus hätte richtig nicht wir haben glaube ich wie gesagt in der truhe sollten bolzen soweit noch drin sein ja ich habe ich habe heute wenn wir brauchen eine bolze ja und so haben wir ganz viel ich habe gemacht heute mit ist ich finde ich habe noch 20 stück ja ich brauche noch einmal ich versorgte ich schon am arsch so wusste er die man gerade auf deiner seite von der insel ich komme gleich zurück okay dann weil ich das war winter weil ich hole noch gerade ein bisschen schrott aus dem wasser und habe ich nicht am arsch ab weil sie sich jetzt tot also ist halt nicht mehr möge es war ausgemüft habe ich das leder das müsste dann oben sein ich habe noch mal drei leder ja dann können wir mich melken gute milch ist aber das feines das ist überhaupt eine insel tatsächlich haben wir jetzt die ziege oder nein mich ja ich muss noch abknallen du bist halt unser bester schütze das willst du dann schmutz mit schmutz will gemein mut sagte muss hier immer alles in ordnung bringen weil ihr eure ordnung nicht machen könnt ihr die böse hinschmeißen klassen die schüsse oder hast du nicht kraft die gerade das muss man mal zwei sekunden geben ich bin da gerade dabei was wirst du ein bisschen schotzer sammeln es geht sofort los so ist eins reichen der zwei momenten nicht verklassen was willst du mir noch hier ich dann habe ich das ding aus dem inventar aus wer hat euch das leder ich hab dir in der truhe welche wo rechts die letzte rechts müsste sein und die erste auf jeden fall in einer der lehren wo sind die tiere mittlere insel auf der mittleren plattform müsse das gewesen sein jetzt mal eine truhe an mit plan kann man macht das wird zwar sowieso immer wieder leer sein was wenn man noch holz über ein bisschen holz was man eka nicht braucht er hat problem ist holz brauche ich braucht man immer die ganze zeit bist du eigentlich im lagerraum gerade im lagerraum da kannst du mir auch klammer axt geben da ist eine ziege und ist die axt so ich habe da ein ziege aber in diesem sinne bedanke ich bin ich wieder bei allen beteiligten wir haben schon wieder die zeit voll ach dann schon mal tschüss schon wieder